Ich bin mir sogar sehr sicher. Na gut. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Gut. Ich habe hundertprozentig den Zettel vergessen. Irgendwo im Bunker war der glaube ich sogar. Was? Dieses Geräusch, das war nicht nett. Der hat uns gleich, der schreit noch. Der hat uns gleich, der hat uns gleich, der hat uns gleich. Der hat uns gleich, der hat uns gleich, der hat uns gleich. Der hat uns gleich, sagte ich verschwitzt und rannte hier fort. Gut. Was ist hier denn? Ah, die Hütte. Hier war aber jetzt mal keine Seite drin. Und heute ist da wieder keine Seite drin. Vielleicht um das Haus rum? Auch nicht. Finde ich irgendwie doof. Vor allem hier ist eine Hütte, warum soll hier keine Seite drin sein? Und ich glaube, die Seiten sind immer an der gleichen Position. Das heißt, irgendwann kann man da schnell hin und her rennen. So, mal sehen. So, ich muss mal kurz auf das Startmenü. Denn mein Fuß ist vollkommen eingeschlafen. Und ich saß eben so komisch auf dem Stuhl. So, weiter kann es gehen. Ich trete noch ein bisschen auf den Boden. So. Wahrscheinlich kennt ihr das auch. Dass, dass... Der Fuß irgendwie... Alter. Scheiße. Ich bin schon in einem anderen Wald hier irgendwie. Schon wie diese Stimmen. Bin ich schon wieder in dem gleichen Wald? Fragezeichen? Ja, ja, ich weiß, ihr seid behindert. So. So. Wir könnten uns natürlich auch die Batterien sparen. Teilweise, aber nein. Ich behalte jetzt vollkommen immer an. Will ihnen jetzt sparen. so mal sehen wo ich jetzt hierhin komme ich einfach zu diesem verdammten haus wahrscheinlich wird er mich da auch schnappen falls ich da irgendwann mal hinkommen sollte da ist wieder eine wegbeschreibung da versuche ich jetzt mal hinzukommen green pine nein auf jeden fall nicht hier lang dieses geräusch war irgendwie langweilig weil das geräusch signalisiert er steht genau neben dir wahrscheinlich aber wenn man hier irgendwie kein flackern im bild ist dann ja ja da ist er oder was wir hier schon gern auf hier warum muss ab und zu immer nach hinten gucken und ich kann es nicht fassen dass wir so lange schon überlebt haben hier lang durch das gestrückt das land ist das baum ist wo gehe ich nur hin ich bin doch bescheuert ich will doch sterben scheiße was ist denn hier nur los hier ist ein felsen nein ich kann nicht durch die bäume glitschen schade oh schade hier geht's auch nicht Mist 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 ich bin in der Säcke Alter ich habe der wegbeschreibung vertraut aber irgendwie wenn du du sparten da hat er mich aber wieder erschreckt da lang nee hier bin ich ja schon wieder nee das ist wieder falsch laufe ich im kreis hier war die erste nee die zweite seite war die erste ich muss aber direkt in die andere Richtung ich lauten lasche einfach mal lang oh mein Gott bin ich doof und erhoffig zurück egal vielleicht ist er in die andere Richtung gegangen ist er was? ne das ist die wegbeschreibung so wo bist du Slamdi The Real Slam again yeah ok nicht übertreiben immer seriös bleiben hmmm erscheint als ob er gerade einen Kaffee-Poislein macht das werde ich ausnutzen und schöne Seite holen irgendwie wo ist der das ist die große Frage jetzt lauf ich auf jeden Fall in die richtige bum 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 Richtung kann man hier irgendwo Schlüssel finden was hör auf so zu naja ich sag immer das gleiche weil die sind Idioten hier bist du schnell aus der Puste keine Kondition keine ok so hier geht's lang Warte, Lockout und wofür geht das hin? wie ein N ich weiß nicht ich geh einfach mal hier lang denn eigentlich müsste das hier irgendwo liegen auf dieser Lichtung ne ja da ist da ist er da ist er oder dieses enormous 볼 sieht teilweise so aus wie der ne wenn er es auch so leicht türkis so da ist er doch das er ne das ist einfach Da ist er ja bewegt sich so als das viel dunkler der ganzen bildschirm und das gefühl nicht mehr so hell wie am anfang das war jetzt nicht schlau was ich gemacht habe das war jetzt nicht schlau jetzt hat er mich jetzt hat er mich gehört er war jetzt auf einmal auf der anderen seite ich dachte er hätte mich jetzt hat er mich aber ich weiß es nicht hat er mich ich habe mich doch gehört er war doch nicht hinter mir also das gras sieht wirklich aus als ob das bewegt sich ja auch noch durch den wind dann sieht es wirklich aus wie der slender mann vor allem wenn man dazu noch geht dann ist der kontrast ja noch stärker was denn nach der hier kommen das länder ich habe keine angst du kannst nichts du bist nichts ist hier wird nichts man scheiße ich frage mal nach dem weg kurz soll ich jetzt mal machen naja so richtig angespannt bin ich jetzt nicht gegen das länder ich glaube ich will auf im kreis na gut na gut nicht schlimm dieser scheiß nebel so dass das ist das für ein komischer windzug hier weiß es ist denn das hier bin ich hier ich glaube hier war es irgendwie wenn ich ins haus gebe ich hundertprozentig tot also das kann ich nicht mehr schaffen hier ist jetzt der logo aus wo ist das verdammte kackhaus wahrscheinlich wenn ich auf diesen weg jetzt einfach von rechts oder links wo aber hier brauchen schlüssel wie wie bekommt die schütte das ist immer eine ulti frage wenn ihr das wisst könnt ihr so ruhig in die kommentare schreiben ja ich hoffe erst mal schön durch äste man sieht zack bin durchgelaufen total logisch eine logische schlussfolgerung so aber jetzt ich bin zu blöd um das haus wieder zu finden und jetzt müsste ich nur noch englisch können ich nehme an green end ist halt wie oft bin ich hier schon lang gelaufen zehn mal oder so aber hier sind noch morgen zeiten versteckt das kann doch nicht sein bunker ist nichts na gut ist vielleicht ist das irgendwie so eine basis das sind mehrere richtungen führt also ich meine unterirdisch gibt es vielleicht noch zettel und der verfolgt sich noch unterirdisch auch da ist der hey wie geht's komplett anscheinend nicht gut gut ich habe mich verlaufen das bringt hier wirklich zu nichts irgendwie ich glaube ich frage mal den slender wo es land geht wollen wir das mal machen wir haben jetzt schon viele folgen gedreht und ihr wisst ja so ungefähr wo die seiten versteckt sind und ich finde jetzt hier eh nichts mehr also slender und wenn ich ihn das nächste mal sehe dann frage ich ihn mal nach dem weg und naja gut ich bin in diesem spiel hier in diesem hier nicht so wie wir gehen gehen nicht so gut aber was soll's der link ist wie gesagt in der beschreibung seit dem ersten part schon und jetzt ist er hier irgendwo ach weißt du was ich getroffen habe heute glaube ich ach ich bin wieder an dieser bekannten stelle hier ich finde das haus nicht warte mal ich will ihn erst sehen dann darf ich zu ihm ich wollte eigentlich noch nie von ihm erwischt man sehen wie das ist aber es ist jetzt bestimmt nicht so erschrecklich weil ich mich ja extra stelle aber ich sehe ihn ja nirgends wo ich jetzt nicht zurücklaufen man kommt davon rechts oder so ich will genau von gesicht ins gesicht sehen und sagen du bist ein arsch also ich laufe wieder im kreis und wenn ich es jetzt finden sollte dann würde ich natürlich jetzt mal noch weiter spielen aber ich finde es nicht mehr batterien sind gleich komplett alle und die daneben wird immer dichter man sieht nichts mehr man sieht hier keine sehenswürdigkeit oder so ein kack dunkel 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 bla 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 ja scheiß ist das so wo ist der Alter, du blöder Slender Ich will mich erwischen lassen Hallo Wo bist du? Alter, verdammte Kacke Jetzt laufe ich wieder in den Pine In den Wald Und dieser blöde Slender ist nicht in Sicht Ah, hier ist ein Stein Ganz toll Komm, wo bist du, mein Freund? Okay, warte, er ist in der Nähe Hä? Wo bist du denn? Ich dachte, er wäre in der Nähe Hallo? Ich sehe ihn nicht Warte, da Hey Slender, sag mir, wo der Weg ist Sag es mir Äh, sollte ich mich jetzt erschrecken? Ah, Hilfe Oh mein Gott, es ist der Slender Oh mein Gott, es ist der Slender Ja, vielen Dank fürs Zuschauen Ja, das ist jetzt beendet Oh, ich sehe zum ersten Mal, dass hier der Regen ins Hauptmenü plätschert Das heißt, wir können leider nicht weiterspielen Denn alles ist jetzt defekt Schade, schade, Schokolade Wie, äh, wie schon gesagt Ähm, ihr könnt es euch kostenlos ziehen Alle News gibt's in der Beschreibung dazu Also von diesem Video Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht's gut und bis bald bei mir in der Beschreibung auf der Beschreibung in der Beschreibung Ich bin jetzt das ist Ich bin jetzt was ich bin ich bin